Musik So haben sie sich also auf den Weg gemacht. Slisal, der David und der Jokal. Der war ja einer von den gar nicht so wenigen am Land, die man als Bleib beim Haus bezeichnete, die man oft ein Leben lang vor der Öffentlichkeit versteckt hielt. Meine Omi konnte sich selbst noch gut an so einen erinnern. Irgendwie wussten alle, wo es einen Bleib beim Haus gab, aber man redete halt nicht darüber. Und Josef? Der wartete sehnsüchtig auf seine Maria. Wird sie kommen? Bald wieder kommen? Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017